Wir sind seit 20 Jahren in der Möbelbranche europaweit tätig. Dabei hatten wir das Glück, auf eine Sofa-Produktion zu treffen, die uns in Sachen Qualität und handwerklicher Verarbeitung einfach begeistert hat. Wir haben dann dort erstmal für uns, für unsere eigenen Wohnzimmer, Sofas bauen lassen, um die Qualität und die Bequemlichkeit selbst testen zu können. Im zweiten Schritt haben wir uns dann einen Möbeldesigner gesucht, der am besten zu unserem Anspruch von Design passt. Wichtig war uns, Sofas zu entwickeln, die passend zu ihrer Langlebigkeit auch eine zeitlose Designhandschrift tragen. Langlebigkeit beinhaltet ja auch immer Nachhaltigkeit, was wiederum bei der Auswahl der Bezugsmaterialien ausschlaggebend war. Wir verwenden zum Beispiel ausschließlich Leder aus der deutschen Gerberei Heller, die für ihre Bemühungen im Umweltschutz mehrfach mit dem blauen Engel ausgezeichnet wurde. Lars hat ja bereits über die Qualität der Sofas gesprochen und jetzt ist es aus Kundensicht sicherlich interessant zu erfahren, wie komme ich denn bequem, sicher und vor allen Dingen auch preisgünstig an ein Wingsofa. Wir haben uns bewusst für den Direktvertrieb online entschieden, weil dieser Vertriebsweg für alle am günstigsten ist. Wir nehmen damit das Möbelhaus mit seinen Personal- und Logistikkosten und die Einkaufsverbände aus der Lieferkette heraus und können diesen Preisvorteil direkt an unsere Kunden weitergeben. Zum anderen gehört zu unserem Service, dass wir vorab kostenlos Stoff- und Ledermuster zum Kunden schicken. Wir liefern die Sofas kostenlos bis ins Wohnzimmer. Wir gewähren eine 5-Jahres-Garantie auf alle verwendeten Materialien und die Verarbeitung und der Kunde hat ein 30-tägiges Rückgaberecht. Und wenn unsere Kunden möchten, können Sie natürlich trotzdem gerne Ihr Wunschsofa bei uns im Showroom bei einer Tasse Kaffee ausführlich probesitzen.